Medic oder Versorger? Ja, jetzt geht's. Ich mach' Medic. Alles live jetzt! Ah, toll. Wo spauen die denn? Ich hab' ne UCAF. Ja, die gleiche, die hätte ich mich auch. Gleich mal UCAF die Straße runter schickt. Wieder rechts oder links da hinten am Ende? Nein, links die Straße runter. Ja, probier mal. Und gleich so, bumm, 10-fach kill. Ja, wir arbeiten auch auf Dings-Au Propaganda aus. Ich hab' den UCAF losgefickt und gleich so mal 5-fach Kills am Anfang. Da war ich nicht dabei. Da saß ich um Scheißhaus. Gehen wir links oder rechts rein? Oh Gott. Ja, der Punkt war noch. Okay. Ah, ich feuere den UCAF und dann kommt ihr euch daher. Ich feuere auch UCAF. Ich geh direkt ins Gebäude rein, auf jeden Fall. Hier, wo ich bin, da kann man UCAF schlecht abfallen. Drei, zwei, eins. Go! Hier, wo? Ah, jetzt habt ihr schon. Jawoll, der Metalwolf. Nice. Da haben wir ein paar gespottet. Ein paar kommen hinten rum. Ach, da kann man ja gar nicht nicht laufen. Ah, ja, rechts rum, rechts rum sind welche. Okay. Oh, bin fast down. Vor allem, die daran denken, kein Allchat. Oh. Oh. Weiß ich. Wir werden uns dasselbe haben, oder? Mit, glaub, ein paar Leuten. Boah, Q-Trade im Kabel. Rechts rum kommen müssen. Mhm. Ach, verdammt. Ich hätte wohl doch noch mal ne Runde warm spielen sollen. Das ist ja warm spielen. Okay. Ja, zählt ja nicht. Here's your main kit, pick it up. Warum krieg ich den jetzt was im Rücken? Bist mal da runter, ey. Die sind auf jeden Fall da, wo wir eben gespawnt sind. Ich hab da grad was im Rücken gekonnt. In dem, äh, in dem Grabe drin. So, freuen wir dich noch. Wow, 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 rechts außen. Here's your main. Okay. Ich bin ein Scheißes. Ich muss jetzt keine Granate in die Menge schmeißen. Ich bin Marker, zwei gekehlen. Wandgranate. Ah, kopf. Was? Oh, das Kampfschaffen mit der Shotgun in der Menge. Und einfach nur so, FUM, 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 FUM. So, ja, effektiv. Oh, das sind unsere. Oh, das sind unsere. Ich weiß nicht wie. Oh, ich bin gesprengt. Okay. Juk, FUM, war der Wind. Achso, wie so. Wir haben hier von den Russen gelernt. Ich weiß gar nicht, wovon ich rede. m redest überhaupt n am Ende der Straße steht ein Smartmechan Naah, schon wieder farsel ah ne, Fin du Fin du Verräter Oh, das Riff! Oh, das Riff! Ah, die dritte habe ich nicht mehr mitgekriegt. Komisch, aber die fehlen auf 42 Kilo für gekriegt. Oh, wir kriegen von hinten Besuch. Aus dem Graber. Oh! Alter, ich bin sooo schlecht. Ah, da sitzt du noch hinter dem Blumenkasten? Ich glaube, ich nehme mal meine gute Scar mit. Ups. Die haben Spawnbeacon hier rechts außen. Woah! Woah, Matthias! Der Knalldi! Der hat schon wieder seine Bulldog ausgepackt. Hm, gleich dürften die Spawns wechseln. Jupp, ich bin gerade vor dem unten drin gespawnt. Ich bin vor dem im Kreuz. Oh, verdammt! Unge, das Haus war schon krass. Oh, verdammt! Was, ich kriege auf dem Kreuz? Nein! Nein! Alter, drei zu machen, das gibt's doch gar nicht. Was ist los mit mir? Schwächen sie jetzt schon oder was? Haha! Juska! An alle weiter... An alle bitte weiter Druck machen! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ich weiß nicht, das MG4 mit mir gibt es auch Dauerradare. Ich glaube wir sauber. Haaaa! Nicht getroffen, genau. Ja, jetzt sind schon wieder weg im Raum, glaube ich. Oh, innen im Gebäude sind sie! Aus irgendeinem Grund habe ich veränderte Sounds. Weil meine eigene Waffe sind. Oh, das ist ja gut! Oh, das ist ja gut! Wirklich kommen viele! Wirklich kommen viele! Ja, ich kenne den Marker! Ja, ich kenne den Marker! Ja, bravo! Da haben wir ins Umgebung gehauen. Oh, verdammt! Ja, ja, und da spawnen einer. Ja, ein zweiter, der Blumen ist auch hoch! Fünf Graben! Ja! Druck, Druck, Druck! Weiter Druck, bitte! Scheiße! Wir kommen durch die Mitte des Gebäudes! Wir sind wieder unten drin, auch! Ja, ich gucke! Ja! Ja, jetzt schreit! Das ist einfach hier! Ja, das ist einfach hier! Ja, das ist immer ganz cool! Wir sind wieder unten drin, auch! Auf der Straße sind sie. Ich schieße mich hier schon meine eigene Wand wieder über den Hofen. Ich weiß nicht, woher kommen die jetzt? Swarm bieten wir im Dings mit dem Camp von uns an. Jo, die Swarm wieder da, wo sie eben war, die Swarm am Anfang. Rechts. Ja, schön, ich bin schon in der feuchtlichen Linie. Fasel. Ah, verdammt, der B hier unten sitzt da hinten, Alter. Er hat noch 32. Oh, das Spiel muss nur unter der Tasche. Jetzt noch ein Wunder für übrigens. Komm, wir haben es gleich geschafft, Leute. Weiter Druck, bitte. Zack. Den haben wir denn da? Das ist klar. Neidbau auf der anderen Seite für Außen. Hauptstraße. Aber deutlich geschafft, alter Schwede. Ja, ich glaube, wir werden noch mehr. Und besser. Das habe ich schon beim Training gemerkt. Sollt ihr noch drei Tickets konjern? Ah, der Fanny, wie alt es gibt. Klar, Fanny. Ja! Sehr gut, sehr gut, Jungs. Vielen Dank. Ausforschung, oder? Bringt uns zwar nichts, aber egal. Selbstbewusstsein. Jawoll, doch der Spring. Oh, ich habe mich fast wieder gefangen. Der 18.7, was ist hier nicht in Ordnung? Was? Der 18.7, das im Team der Smatch ist hier nicht okay. Äh, ich sag mal so, es summt. Nein, ich habe nicht viel gesummt. Das meiste habe ich alles mit der AWS gemacht. Da hat doch ganz schön viel gesummt. Das war aber nicht nur ich alleine.